Tagesschau schau. Gut gemeint aber. Did you notice a sign in the front of my house that said dead african-american storage? Did you notice a sign in the front of my house that said dead african-american storage? No. You know why you didn't see that sign? Because storing dead african-americans ain't my Rudy Tutu. Und es gibt neue, kräftige Gewitter. In Italien spricht man ja schnell von einem Drama. Manjate, manjate, bravi. Mangia, oh, mangia. Die Ereignisse haben sich wirklich überschlagen. Philipp Zahn in Rom. Die Bullen bieten Polizeischutz. Doch ich vertraue nur auf Gott, denn er lässt es so kommen, wie es sein muss. Ich glaube, jeder weiß, an wen das gerichtet war. Und wenn nicht, fickt euch alle. In der Schweiz hingegen ist Cash immer noch King. Doch alles Verhandeln hat nichts gebracht. Orangensaft, Erdnussbutter, Jeans und Whisky. Das ist ein schlechter Tag für den Welthandel. Es ist absolut inakzeptabel. Dann sprechen wir darüber mit Washington und Brüssel. Warum macht Donald Trump denn jetzt ernst? ... in die USA zu exportieren. Und das wollte Präsident Trump auch von der EU. Die EU hat ja sofort reagiert und mit Gegenmassnahmen gedroht. Zum Beispiel eben mit Erhebung ihrerseits Zöllen auf Whisky, Jeans, Töv. ... äh... ... Gegendruck aufgebaut, aufgebaut. Brüssel, Sebastian Ramschbeck. Und danke nach Washington, Peter Dückeli. Donald Trump. Einem drohenden Krieg. 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 Die Schweiz kann sich als kleines Land auch nicht dagegen wehren. Das Spiel ist praktisch vorbei. In einer Woche wird weiter debattiert. Es ist ein Dauerthema. Pillen gegen die Traurigkeit. Stell dir vor, mein Sohn, sagte der alte Mann ganz traurig. Wunderbare, kleine Pillen gegen die Traurigkeit. Gestern, um etwa diese Zeit, Blitze im Sekundentakt noch schön anzusehen. Wüst dann aber, was folgt. Ungemütliche Winterstimmung im Kanton Aargau. In Baden färbte der Gewittersturm die Strassen in Weiss. Hagelkörner von bis zu vier Zentimeter Durchmesser. In Ehrendingen mussten sich die Autos durch einen regelrechten Fluss hindurchkämpfen. Allein im Kanton Zürich rückten Feuerwehren zu 700 Einsätzen aus. Aber woher kommt es eigentlich, dieses Gewitterschauspiel? Kaum ist das Donnerwetter verheilt, da zieht schon das nächste auf. Eines Abends setzte sich ein alter Mann zu mir und erzählt. Es ist aussergewöhnlich, es ist ein Supergeld. Eine Naturgewalt, die von dieser Trachide, das hätte es jetzt noch nie gegeben. Und es rumort bereits wieder. Weißt du, mein Sohn, irgendwann einmal, kurz nach diesem gewaltigen, allerletzten Knall, wenn's auf der Erde nur mehr große, nackte Steine gibt, mit einer fettigen, schwarzen Rußschicht bedeckt, wird ein großes, weißes, strahlendes Raumschiff landen. Irgendwo zwischen dem ehemaligen Los Angeles und dem verdampften Schwarzen Meer. Und diese fremden, hochgewachsenen Wesen werden Pillen an Bord haben. Ich glaube, technisch stimmt hier etwas nicht. Ich stehe hier ziemlich im Dunkeln, versuche aber mal mit dem Text weiterzumachen, bevor ich von der Regie andere Anweisungen bekomme. Halt ein bisschen dunkel hier und ohne viel Farbe. Und jetzt zu den Themen von 10 vor 10 und Susann Wille. Natürlich beobachten wir, was sich am Himmel tut in Sachen Gewitter und das ist in Mode gekommen. Das bei uns. Danke, Susann. Und was die Dachse so in der Natur alles so treiben, das zeigt Ihnen gleich Netz Natur auf SRF 1 nach Meteo. Einen schönen Abend noch und auf Wiedersehen. Mit dem geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Blablabla. Meteo mit dem neuen Sondermodell Swiss FL. Start moving. Zimitten im Wald, da wo die Sonne fast nicht mehr durchkommt wegen diesen vielen Bäumen, in einem kleinen Tätschhäuschen mit einem Schuppen nebenan, da ist Dominik Dachs zu Hause. Schon seit vielen, vielen Jahren. Alle Waldbewohner wissen das. Auch die vom Feld und sogar noch die, die am Bach wohnen. Alle haben ihn gern und alle sagen dann nur den Onkel Dominik. Er ist ein Gemütlicher. Nur eins kann er nicht vertragen, wenn die kleinen, grauen Mäuse ihm hinter die Sache gehen. Wenn sie so rascheln und piepst und manchmal noch zerstören. Aber was wollen die Mäuse bei ihm anholen? Er ist ja so arm. Wenn er nicht noch den Garten hätte mit dem Gemüse, so wäre er sogar schüliarm. So mag es aber gerade noch gehen. Es ist zum Verzweifeln mit diesen Mäusen. Die ganze Nacht, dass es gepipst und geraschelt, dass man nicht schlafen kann. Und dann fressen sie ihm erst noch das Zeug. Es sind immer die gleichen. Ich kenne es genau. Die kleinen Dick, die ihm einmal so frech anschauen und die grösseren mit dem Schnauz und noch die, die hinkt. Das Geschirr einem zusammenschlagen, das könnte es. Ja, was ist denn los? Die Uhr stimmt ja gar nicht. Jetzt hat sie doch gerade sieben geschlagen und jetzt ist sie aufs Mal halb acht. Bis jetzt ist sie doch immer... Ich kenne es. Sie sagte, wo watsche ich? Dier Uhr, Silo! Du, du, du... Watsche ich! Es stimmt ja alles nicht mehr. Nur wegen deiner Soifeicher. Innen habe ich gesagt! Jetzt ging doch hier! Es ist doch erst sieben. Du warte. Nur bei dir will ich das Zeige. Innen, innen, ja, nütisch, jetzt gange mal innen. Oh, blasen wir doch. Jetzt ist ihm der Atme ausgegangen und macht, was er will. Ich sage dir, das hätte ich das andere Jahr nie gegeben, im Onkel Dominik. Einfach gut die Hörttöpfel im Boden reinlassen. Die sollte doch raus, bevor es kalt wird. Und Trübeli, fehlt ihm echt etwas, dem Armen? Und schau mal das Uchru da im Garten, da durcheinander. Früher hätte es das nie gegeben, da hätte er dann genau drauf geschaut. Und jetzt, wie das aussieht. Was ist echt los mit ihm? Ja, wenn man das wüsst. Ah, na, fahre ich miteinander. Haben Sie den Onkel Dominik genannt, hey? Nein, genannt, wir sitzen schon lange da. Was ist echt los mit ihm? Er ist einfach nicht mehr früher. Das sagen wir eben auch. Er hat sich verändert. Und wie? Wenn man nur wüsst, hey, wüsst, ja, man... Ja, Tag, Onkel Dominik. Tag, Onkel Dominik. Tag, Onkel Dominik. Ja, Tag miteinander. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht, Onkel Dominik? Ja, wie soll's gehen? So wie immer, er weiss nichts anderes. So hat er früher nie geredet, immer hat er etwas zu erzählen gewusst. Onkel Dominik, geht's gut? Geht's gut, Onkel Dominik? Natürlich, das habe ich ja schon gesagt. Er ist einfach nicht mehr denselben. Der Onkel Dominik will halt eine Frau haben. Er will eine richtige Fräule Dachs. Die könnt ihr mal schauen und ihr mal die Sache machen. Ja, das Beste wäre es natürlich schon. Schaut mal seine Schuppe an. Dann sollte man doch flicken, so rumlaufen. Immer so allein. Immer noch gerade zu nötig. Nie einen vorigen Batzen im Haus, um etwas zu kaufen. Das Haus hat er noch von seiner Grossmutter gegeben. Das ist halt eben auch ein Fängshalt. Du, Onkel Dominik, warum tust du uns nicht mehr erzählen, so wie früher? Warum sagst du nicht mehr? Jetzt fragst du auch noch. Wie die anderen. Du siehst es ja, wie wir arbeiten. Aber Onkel Dominik, du, du schaffst ja gar nicht. Schon manchmal Tage nicht mehr. Wie du das sagst. Ich habe dann keine Zeit. Aber du läufst ja immer noch um. Sieht man doch. Ich lauf nicht um. Ich muss etwas studieren. Das begreifst du nicht. Aber du hast dich erst sicher immer dasselbe. Immer so hin und her. Drückt ja etwas. Nein. Lass mich noch machen. Ich gehe fort. Woher? Wie fort? Weiss noch nicht. Ganz allein? Nein, mit dem Wagen. Aber du kommst wieder um. Kannst doch nicht einfach fort. Wohl, ich kann und ich gehe. Wo ist der Wagen? Ah, ja, denke ich im Schopf. Jetzt lauf der einfach davon. Er gefällt mir gar nicht, der gute Onkel Dominik. Mit dem ist etwas los. Wie kommt denn das noch raus? Einfach fortgehen. Er geht? Ich glaube, es ist ihm halt einfach verleidert. Das gibt es. So, ich bin parat. Adi miteinander. Auf Wiedersehen, Onkel Dominik. Komm gleich wieder um. Wieder schauen. Der Dominik Dachs hat das schon noch gehört, als ihm das Eichhörnchen angerufen hat. Aber er hat keine Antwort mehr gegeben. Er will einfach fort. Wieder einmal in eine andere Gegend. Das Eichhörnchen hat es verraten. Er hat den Verleider. Immer allein in seinem Haus hineinwohnen, alltagsgleich, das ist nichts. Also, zuerst will ich jetzt einmal zu Matthias. Aber er denkt sowieso, es sei etwas los mit mir. Dass ich nie mich anschauen kann. Ja, ja. Jawohl. Zum Matthias. Er kann ja doch nie weg mit seinem Geschäft. Das mache ich. 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 Joppe, Dominik. Gehst du fort? Nur zum Fluss aber. Ja, was gehst du? Cocahole? Nicht. Warum nimmst du dann den Wagen mit? Zum dich eben dran? Ach, schau. Ein Wagen ist immer gut. Wenn man etwas findet, schwemmt, Kastanie oder sonst etwas. So kann man es eben aufladen und mitnehmen. Ja, wir essen halt immer gerade alles, was man findet. Wir brauchen nie einen Wagen. Du, ich glaube, der Winter kommt. Hast du gesehen? Die Schwalbe, die sind schon fort. Ich habe es gesehen. Ich wäre am liebsten auch mit ins Süden geflogen. Wieso? Du gehörst doch hierhin. Da ist es doch auch schön. Oh, aber langweilig. Du musst jetzt nicht so traurig reinschauen. Lach doch einmal. Es ist heute zu kalt, um zu lachen. Adieu. Adieu, Onkel, Dominik. Habe dem Wagen Sorge. Ich kann dann lachen, wenn ich will. Obacht, Vögel, gehen auf die Seite, wenn ein Fahrzeug kommt. Man spielt doch nicht mitten auf der Strasse. So sollte man fliegen wie die. Das wäre toll. Die Welt einmal von oben runter schauen. Mich nimmt es überhaupt wunder, wieso nur die Vögel müssen Flügel haben und die anderen nicht. Ich hätte ihnen einmal auch Sorge gehalten. Wir müssen immer laufen und den Karren stossen. Überhaupt sollte man abwechseln können. Die einen sollten im Winter fliegen und die anderen nur im Sommer. Jawohl, das wäre gerecht. Ich habe es schon manchmal gesagt, aber auf mich hört man ja nicht. Nach einem Geist-Zimmer, ich sei ein Frechdachs. Nun. Nun. Nach ihm. Musik Ich finde es wichtig, wenn ich die ganze Welt höre. Nicht einmal ein Grüezi sagen kann er ein. Pär! Ha, 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 ha! Denkt euch nur, der Frosch ist krank. Er liegt auf der Ofenbank. Quackt nun schon, wer weiss wie lang. Denkt euch nur, der Frosch ist krank. Woher kommt denn die Musik? Da spielt doch jemand Handorgel. Denkt euch nur, der Frosch ist krank. Der liegt auf der Ofenbank. Wie hat der ausgesehen? Diese Kappe. Wieso sind denn der überhaupt? Was hat denn der da vorne? Helft einem armen Blinden. Seht der wirklich nichts? Ja, dann geht es mir ja noch gut. Ich kann wenigstens noch die Gegend anschauen. Sie! Wer ruft denn da? Schönes Wetter hört es, he? Ist das nicht ein wenig gefährlich, so nahe am Fluss zu laufen, wenn er nichts sieht? Grüezi! 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 Haben Sie nicht einen Botzen für einen Blindenbettler? Er ist ja schon ein armer Teufel, wenn er nichts sieht. Aber ich habe eben auch fast nichts mehr. Ja, da, 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 der Letzte. Jetzt sind sie halt am Sonntag wieder mal an kein Braten. Oh, der ist ja echt. Danke, danke, tausend Mal. Dir soll es immer gut gehen. Du hast ein gutes Herz. Zeig mir mal die Pfoten. Ich kann da draus dein Schicksal lesen. Du bist doch blind. Du kannst doch nicht lesen. Nicht mit den Augen, mit den Pfoten. Ich spüre alles ganz genau. Jawohl, so ist es. So wahr, wie ich der Fagabunden-Otto bin. Der Fagabunden-Otto? Aha, so sagt man mir. Jetzt zeige mal. Au, 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 au. Aber was ist denn? Ich sehe Ihnen ein grosses Glück und gefährliche Abigtür. Und eine grosse Reise. Du bist aber auf dem Holzweg, Fagabunden. Wie geheiss ich jetzt schon wieder? Fagabunden-Otto. Ich sehe Ihnen alles ganz genau. Hör mal. Ich bin meiner Erlebnung noch nie von zu Hause fortgekommen. Etwas Besonderes habe ich auch noch nie erlebt. Ja, ich meine, etwas, was einen aufregt. Und überhaupt, ich habe kein Geld. Hör doch, hör doch. Du gehst von zu Hause fort. Ich sehe Ihnen Wasser. Viel Wasser. Ja, dort im Fluss hinein. Das Wasser geht wie eine Strasse zwischen die Hügel durch. Aber ich sehe Ihnen auch einen Wald. Ganz einen dunklen. Und ich sehe eine grosse Gefahr. Was du nicht sagst. Hör mal. Wenn man reisen will, muss man Geld haben. Ganz einen Haufen. Und ich habe keins. Wirst du es dann schon noch erleben. Denk dran. Ich, der Fagabunden-Otto, hat er es gesagt. So, jetzt muss ich gehen. Adieu. Adieu. Du dicke, schwarze Hummel. Machst einen so grossen Brummel. Jetzt habe ich dann meinen letzten Wachsen gegeben. Ich glaube, der hätte mich erwünscht. Was hat er da gemeint mit der grossen Reise? Das ist doch Quatsch. Ich, eine grosse Reise. Wird wissen, mit was? Schön wäre es schon, wenn es nur eine kleine wäre. Der Dominik Dachs hat dem Zeug noch lange nahe gestudiert. Oh, ein Reise. Nicht immer so allein im Haus sitzen. Aber wie? Er hat dieser Sache so fest nahe gestudiert, dass er nicht einmal gemerkt hat, dass er schon beim Haus von seinem Freund Matthias angekommen ist. Matthias Wassermaus, Schiffsbauer. Bootsverleih für Ruderbooten. Zwei batzende Stunden. So steht es auf der Tafel. Ja, den Matthias kennt man weit umeinander. Er ist sogar berühmt als Schiffsbauer. Wenn einer ein richtiges Schiff muss haben, eines, wo man auch stolz darauf sein kann, dann geht er zum Meister Matthias. Heute hat er gerade im Schuppen zu tun. Hey, Tag miteinander. Wo haben Sie den Meister? Den Meister? Wer krampft innen im Schuppen? Aha, danke. Ah, da bist ja. Hoi Matthias. Ja, der Onkel Dominik. Jetzt schaut auch da an. Ist es meine Stränge? Du, wo bist du den ganzen Sommer gesteckt? Seit du das letzte Mal fischen ging, hat man ja nichts mehr von dir gehört. Ja, du kannst das ja jemanden denken. Immer ein Haufen zu tun. Erdöpfel, Pilze, Kastanie, es ist immer etwas los. Was meinst du denn zu dem Boot? Hör mal, jetzt ist es dann gleich fertig. Mal, mal. Wer das überkommt, der kann sich meinen Sternenfäufe. Wenn ich so eines hätte. Ja, du und das Boot. Du sitzt ja doch immer in deiner Hütte. Ein Stubenhocker. Was möchtest auch du machen mit dem? So eines gehört draussen aufs Wasser. Du hast ja schon recht. Aber ich sitze ja nur, weil ich ein armer Hagel bin. Wenn ich einen Sack voll Goldstückchen hätte, dann würde ich dir das schönste Boot abkaufen. Ja, also, du gäbst beim Hagel noch einen zünftigen Kapitän mit deinem Bauch. Aber ein Sepp kann er sagen. Mit dem rechten Boot kommt man doch auch noch jemand hin. Nur schon der Fluss da ab. Was sieht man da nicht alles? Ja, und dann noch das Fische mitten draussen. Dort sind die dicksten Fische. Nein, nein, hör auf, Matthias. Hör auf. Du weisst doch, ich bin nur ein armer Dachs und habe noch gerade zu viel, dass ich leben kann. Ich sag dir doch, wenn ich das Geld hätte, ich käme sofort zu. Darum werde mir ein Boot kaufen. Wenn es auch nur ein kleines wäre. Ja, hör, du hast recht. Auch auf einem kleinen Boot von mir kann man gut wohnen. Es hat ja jedes eine Kabine und ein Bett. Auf dem Fluss wärst du auch nicht so allein wie bei dir zu Hause. Wie kann man auch noch im Wald draussen wohnen? Mir wäre das viel zu langweilig. Hör auf, Matthias. Ich kann mir einfach dieses Boot kaufen und habe damit Schluss. Wenn du so redest, dann drückt es mich noch mehr. Warte mal. Jetzt kommt mir etwas ins Sinn. Komm mal mit. Aber pass auf, dass du nicht über etwas reinfliegst. Ah, was willst du? Hä? Siehst du es jetzt gerade? Komm. 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 Oh. Jetzt schau mal den Kahn an. Möwe heisst er. Aha. Er sieht zwar nicht gerade so gut aus im Moment, aber mit ein wenig Fleiss und rechter Farbe könnte man den schon wieder hinbringen. Der Motor ist nämlich noch prima. Komm mal rein schauen. Ja. Oh. Pass auf, schlägt den Kopf nicht an. Ich habe es gemerkt. Siehst du? In dieser Kabine hat es sogar zwei Betten. Natürlich ist jetzt alles ein wenig staubig und verrostet. Aber frische Vorhänge, ein farbiges Tuch auf den Tisch und alles zuerst sauber putzen, dann ist es da wie in einer Stube. Einen Ofen hat es ja auch. Warum sagst du nichts? Ja. Was soll ich sagen? Ich sehe das alles schon. Tja. Also. Was? Also. Eben ja. Was ja. Gefällt dir das Boot oder gefällt es dir nicht? Natürlich gefällt es mir. Ich habe noch nie so ein schönes Boot gesehen. Gut. Jetzt haben wir es ja. Lass. Ich habe das Boot vor zwei Jahren gekauft. Aber seither ist es da. Niemand hätte es mehr wollen. Jetzt lehne ich es dir aus. Oh. Ja. Du kannst fahren und wohnen drauf. Aber zuerst musst du es natürlich auch in die Ordnung machen. Und das gibt noch einen Haufen zu tun. Also wenn du es recht machst, hast du bis in einer Woche ein funkelnagelneues Boot. Dann hätte er doch recht gehabt. Wer meinst du? Der Fagabunden-Otto. Ich habe ihn heute Mittag gesehen und da hätten wir aus dem Foto die Zukunft gelesen. Ich mache eine grosse Reise auf dem Wasser. Matthias, ich weiss nicht wie ich dir danken soll. Ich muss nur noch schnell mein Haus abschliessen und dann komme ich zurück. Abgemacht, Unkele Dominik. Jetzt gefällt es mir bitte. Oh, wo ist mein Wagen? Ich muss pressieren. Ich komme wieder. Ich mache eine Reise mit dem Schiff. Oh, eine grosse Reise. Heiss, nochmal. Ich muss nur noch schnell nach Hause. Ich komme wieder. Hey, hey. Nur nicht so gesprengt lassen, doch die Seite. Der gute Dominik Dachs ist ganz zum Häusli aus. Ja, man kennt ihn fast nicht mehr. Wahrscheinlich ist es halt schon so, dass einem eine grosse Freude ganz zunder, ob sie machen kann. Das Lappen von Dominik Dachs hat auf einmal eine große Reise gemacht. Das Lappen von Dominik Dachs hat immer ganz anders ausgesehen. Spannend. Ja, man kann schon fast sagen, aufregend ist es geworden, als ihm Matthias gesagt hat, er dürfe die Möwe, das alte Boot, für sich zu weg machen und dann damit den Fluss durchab auf die Reise gehen. Gerade, wie wenn es sein eigenes Schiff wäre. Zuerst konnte es Dominik fast nicht glauben, aber dann ist er nach Hause gerannt wie ein Busy-Wetter. Er hat alles so gut verriegelt, wie wenn er auf eine Weltreise ging und ist dann sofort wieder ab durch den Wald, zwischen der Wiese durch und dann am Fluss nachführen bis wieder zum Wegplatz von Matthias. Oh, Matthias! Ich komme! Ich bin da! Jetzt schaut mal an, Herren! Das ist doch fast nicht möglich. Ja, Onkel Dominik, bist du schon wieder da? Ja, ja, ja. Ich dachte doch, du wolltest erst morgen anfangen mit den Möwen. Ja, ja, weisst du, ich dachte, es sei Gescheiteres. Ich habe, ja, jetzt bin ich da. Ich habe nicht recht. Ja, 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 ja. Wob, ja, 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 ja. Du kannst denken, natürlich ist es recht. Aber du hast doch sicher hier das Herz ausrennen, bist doch auch nicht mehr der Jüngste. Ja, meinst du echt? Ich weiss selber nicht, wie alt ich bin. Einmal rennen kann ich noch gut. Was soll ich jetzt zuerst machen? Muss ich da ins Wasser reinstehen? Ja, du! Zuerst gehst du jetzt schnell zu meiner Frau, sie soll dir eine Schoß geben, um zu arbeiten. Da wird mir nämlich dreckig dabei. Du, Frau! Der Onkel Dominik ist schon da. Gib ihm eine alte Schoß zum Anlegen. Eine von meinen alten, er will gerade anfangen. Gut! Komm rein, Onkel Dominik. Ich habe dir schon etwas. Und dass du es gerade weisst, du brauchst dann etwa nicht alle Abends nach Hause im Wald den Weitweg zu machen. Du kannst bei uns übernachten, solange du hier arbeiten. Im Schuppenennen hat es noch Heu, dort schläft man prima drauf. Wegen Essen habe ich auch schon geschaut. Meine Frau kocht auch für dich. Das kann ich ja fast nicht annehmen, so viele Umstände wegen mir. Onkel Dominik! Ja? Tschüss! Komm, wir gerade! Kranen vor! Kranen! Ich komme! Woher? Da vorne! Die Möwe muss aus dem Wasser! Durch! 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 Achtung! Zur Haken! Ja! Kommt die vor! Jawohl! Der Onkel Dominik geht auf die Reise. Aber man muss das Boot zuerst überholen. Mit dem Kran fährst du nicht schlecht. Der ist noch gut miteinander. Aber bis der in Ordnung ist, wie der Meister meint, das ist dann ein schöner Krampf. Lass mich noch machen. Es sollen die zwei reinhaken. Vorn und hinten. Aber recht nicht, dass sie bambeln. Ja! Alles gut! Was soll ich machen? Kann ich auch etwas helfen? Nein, 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 nein. Du musst jetzt nur zuschauen, bis wir sie draussen haben. Muss ich auch noch helfen? Nicht nötig, Frau. Wir bringen sie schon raus. Sind Sie bereit? Ja! Warte, ich rufe. Rane! Vor! Vor! Noch etwas! Ab! Ab! Bekne! Einhenken. Ja. Gut. Gut. Aziehen. Langsam. Gut. Noch ein bisschen. Lange dann nicht. Hoch. Hoch. Gut. Gut. Guss amomes. Gut. Doch, weiter. Half. Hoch. Langsam. Gut. Fusenken. Ja. Gut. Rane. Wege. Das muss man sorgen. Noch nicht! Brauchen Sie mich auch noch? Junge, die im Karren haben nichts nötig. Zahle ich es halt wieder. Danke vielmals. Das ist schon ein zünftiger Kampf. Jetzt sieht man, was da zu machen ist. Zuerst einmal alles sauber abkratzen. Das Zeug daran. Die Schneckenhäuschen, alles mal sauber weg. Ja, das ist keine Sache. Ich kratze das Zeug schon weg. Lass dir Zeitung, Dominik. Auf einen Tag mehr oder weniger kommt es nicht mehr darauf an. Ich komme dir dann auch noch etwas helfen, wenn ich es richten kann. Ich bin jetzt richtig selber gespannt, wie alles rauskommt. Ich auch. Ich bin jetzt nicht mehr. Machst du das gerne? Ja, denke. Ist das glatt? Ja, so mich, denke ich. Ja, so kratzen. Ja, das muss eben auch sein. Schau. 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 Gibt es noch mehr? Oh je. Noch viel. Ja. Wann bist du fertig? Wenn ich rundherum bin. Ja. Und wann bist du rundherum? Wenn alles sauber ist. Sieht es dann schön aus? Du musst halt dann schauen, wenn es so weit ist. Oh ja. Das Putzen vom Bootsrumpf, das so lange schon still im Wasser gelegen ist, das hat zwei ganze Tage gebraucht. Der Gewunderung hat sich schon dutzend Mal schauen, ob es noch nicht bald so weit ist. Dann aber endlich sind die letzten Algen und Schnackenhäuschen weg gewesen und der erste Anstrich mit dem Teer konnte losgehen. Du, Matthias, mir ist das nie nicht recht, dass du wegen ihr auch noch Zeit opfern musst. Du hast doch noch anders zu tun. Hä? Lass mich doch. Ich mache es ja gerne. Das schwarze Zeug, das ihr anstrichen, stinkt. und beißt einem in die Nase. Das ist eben der Teer. Hätte man die Nase nicht zu nahe an, sonst bleibst du ein kleben. Überhaupt kann man erst in einer Woche schauen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Wie lange ist eine Woche? Vom Anfang bis am Schluss, du Wundernase. Ja, so. So, ihr zwei. Wäre Zeit, um Feierabend zu machen. Morgen ist wieder ein Tag. Ja, ja, wir kommen. Nur noch ein Anstrich. Ahrensohn Aus den alten Möwen hat es mit jeden Tag ein schönes Boot gelebt. Es hätte aber auch niemand gedacht, dass Dominic so ein guter Maler ist. Sogar der Meister, Matthias, musste staunen, was Dominic aus dem alten Kran gemacht hat. Matthias hat noch den Motor auseinandergenommen, alle Teile sauber geputzt und dem Dominic zeigen, wie es wieder zusammengehört. Matthias, es ist gerade gut, dass ich dich noch antreffe. Hoffentlich hast du das Boot noch nicht verkauft. Wieso? Ja, das kaufe ich. So, wer sagt das? Ich denke, wer denn sonst? Du bist aber auf dem Holzweg, brahler Thomas. Das Boot bleibt da, das wird nicht verkauft. Wie du das sagst, das wären wir denn noch. Du wirst doch den Kahn verkaufen. Ich zahle dir jeden Preis dafür. Ich muss ihn einfach haben. Verstehst du? Ja, da könnte noch Menge kommen. Ich muss ihn einfach haben. Du musst ihn eben nicht einfach haben. Das ist der beste Kahn in der ganzen Gegend. So, hast du das auch schon gemerkt? Mach's nicht so spannend. Was soll er denn kosten? Los, du kannst zahlen, was du willst. Das Boot bleibt da. Du bist ein Gespässiger. Du auch. Hey, 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 hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich glaube, jetzt weiss er Bescheid. Das war aber ein hartnickiger Kerl. Ich hatte auch etwas Angst, was er so getan hat. Das würde mir dann noch fehlen. Das Boot ist für dich. Du, Matthias, wann tun wir es wieder ins Wasser? Äh, sag mal, wie weit du bist? Fertig. Hei, noch mal wie das klingt. Fertig. Krane vor. Krane. Ja, komme, komme. Ja, sind Sie denn schon fertig? Ja, siehst du es ja? Was? Das Boot kennt man ja gar nicht mehr. Und damit gehe ich auch noch auf eine Reise. So. Jetzt aber ganz sorgfältig ins Wasser damit. Ich gebe mir ja schon alle Mühe. Aber nass wird es halt gleich, gell? Vorfahren. Gut. Hacken. Abla. Gut. 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 Aufziehen. Langsam. Gut. Und weiter. Aufziehen. Noch etwas rum. Durch. Gut. Gut, langsam und ab. Langsam. Gut. Jetzt sieht man den Bauch nicht mehr. Und der hat den meisten Arbeit gegeben. Hey, das ist ein Schauen. Ich begreife ja natürlich schon, dass das Tempor aller Thomas in die Augen gestochen hat. Mir gefällt das Fähnchen am besten. Hinten durch. So, Onkel Dominik. Und jetzt kommt der grosse Augenblick. Eine Probefahrt, um zu schauen, ob alles gut ist. Ja. Geh an die Steuer und mach es so, wie ich es gezeigt habe. Ich glaube nicht, dass es versucht. Was redest du auch du für Zeughase? Ein solches Boot geht doch nicht unter. Onkel Dominik, mach nur weiter. Lade den Motor an. Ich bin ganz zapplig, Matthias. Haben wir auch alle Schrauben angezogen? Ja, das ist doch klar. Ich kann schon aufpassen. Matthias, er läuft. Wir zitteren ganz bei. Das macht nichts. Wir haben es auch schon gezittert. So, Ari jetzt raus. Aber nicht zu nahe am Haufen an. Ja. Ich habe ja immer gesagt, diese Möwe ist das Weg. Schau, Matthias. Es fährt heisse. Es fährt. Ja, du gehst auf die Seite. Jetzt ist ja gar niemand rum. Du, Matthias. Das Gefühl, wenn man so fahren und steuern kann. Ja. Und wohnen auf dem Boot. Was meinst du, Dominik? Kannst du es aushalten oder willst du lieber wieder in den Wald? Fuchs wie nicht, Matthias. Du weisst ja schon, wie es mir zu mutig ist. Gut. Dann fahren wir wieder in die Bucht zurück. Du hast jetzt selber gesehen, dass alles in Ordnung ist. Und wegen dem Fahren weisst du auch Bescheid. Also jetzt. Pack fort. Nach Pretty. Puh. Schön langsam ans Runter. Morgen runter. Motor, weg. Ich möchte am liebsten nochmal aus hoch fahren, Matthias. Ich kann doch kurz okay warten mit morgen. Das glaube ich gern. Aber los. Ich habe noch etwas zu reden. Ja. Komm, wir gehen in die Kabine nie. Es braucht uns niemand zu hören. Ist es ein Geheimnis? Dann du voran. Heine mal, wie in einer Stube. Ich mache es gerade selber an, mit dir auf die Reise zu gehen. Ja, gell, die Stube gefällt dir. Ja, ist einfach heimlich. Ähm, mache noch die Türen zu. Ich will nicht, dass uns jemand gehört. Das ist ja ganz unheimlich, wie du redest. Ist etwas passiert? Kann ich etwa nicht auf die Reise gehen? Ja, natürlich. Eben gerade wegen dem. Hör, Dominik, du solltest mir nämlich noch einen Gefallen tun. Und ich weiss, dass du das machst. Wenn es möglich ist natürlich schon. Ich habe noch eine Ladikastanie, die in die Mühle auf Bärenhausen sollte. Das ist 50 Kilometer der Flustur ab. Natürlich ein Rechtsstück. Hm, die kann ich doch mitnehmen, natürlich. Warum ist denn das so ein Geheimnis? Ja, Onkel Dominik, das ist eben auch nicht alles. Die Kastütter machen mir sicher keinen Bauchweh. Hör, seit Jahren habe ich eine riesige Truhe da mit Goldstückchen drin. Alles, was ich gespart habe. Diese Truhe ist mir einfach zu wenig sicher da. Ich will, dass das Gold auf die Bank tut. Dort ist es sicher. Ja, und warum zählst du mir denn das? Das geht doch dich an. Du solltest mir das Gold auf Bärenhausen bringen. Wie du das sagst. Du musst mich nicht so gross anschauen. Ja, sag mal, ist es dir ernst? Ja, ja, natürlich. Das geht doch prima. Die Truhe können wir unter den Kastanie verstecken, dann weiss niemand etwas. Du fährst den Fluss durch, wie wenn nichts wäre, und das Bärenhausen kommt es in den Wiesel holen. Hör, Matthias, also ich meine nicht, dass ich ein Füdi wäre. Im Wald draussen braucht es manchmal auch Mut, so die Nacht allein. Aber wenn da jetzt etwas passiert auf dieser Fahrt, du, Matthias, ich darf nicht daran denken wegen dem Gold. Ja, was soll denn da schon passieren? Du, so ein wehrschaffter Dachs. Jetzt weisst du doch genau Bescheid mit dem Boot, und von dieser Truhe mit dem Gold weiss niemand etwas. Die tun wir besonders unter den Kastanien unter. Ja, wie viel Gold hat es denn überhaupt in dieser Truhe rein? 500 Stückchen, alle gleich gross. 500? Ja. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie ein einziges, und jetzt soll ich mit Summen einen Haufen den Fluss durch, auf die Reise. Also, Matthias, wenn das mir gestohlen wird, dann bist du noch ein Arm in der Kille, und ich darf dir nie mehr begegnen. Ach, du siehst einfach die schwarze Ugle, Dominik, ich sag dir doch, es passiert nichts. Matthias, Matthias, das ist eine heikle Sache, ich sag dir's. Schau, ich bin da schon so einem begegnet, einem Fagabunden-Otto, ganz ein gespässiger Kerl. Und dann habe ich auch noch gehört, dass der Rotom und seine Katzenpiraten wieder in der Gegend segen. Allerwege auch nicht, um Blümchen zu suchen. Denk dran, Matthias, die rauben alles aus, was sie können. Aber jetzt hört doch auf, Dominik. Der Fagabunden-Otto ist ganz ein harmloser Bursch, der tut niemandem etwas. Der Rotom, ja, natürlich, der schon. Aber ich gebe dir zwei Pistolen mit, dann wirst du auch mit denen fertig. Oh, zwei Pistolen. Ja, also gut, Matthias, wenn du meinst, es ging alles so sicher, ich bring dein Gold auf die Bauhausen. Siehst du jetzt? Prima. Heute Nacht verladen wir alles, wenn es dunkel ist. Aber es bleibt unter uns. Klar. Dominik Dachs hat also Ja gesagt zu dem Auftrag von Matthias. Schon in der nächsten Nacht haben die beiden, so leislig wie es möglich war, die schwere Eisentruhe mit dem Gold aufs Schiff gebracht und mit Kastanien zudeckt. Und schon in der nächsten Nacht. Prima ist alles gegangen. Niemand hat etwas gemerkt. Am Morgen früh, so war es abgemacht, konnte Dominik starten. Matthias hat ihm zum Andenken noch eine weisse Kapitänsmütze gegeben. Jetzt hat wirklich nichts mehr gefehlt. So, Onkel Dominik, jetzt geht dein neues Leben an. Weisst du noch alles, was er gesagt hat? Ich glaube es schon, Matthias. Hoffentlich habe ich nichts vergessen. So, ich wäre bereit. Diese Rappen ist dann gut, wie ein Kapitän. Das ist er, denke ich, jetzt auch. Mit einem prächtigen Schiff dann erst noch. Hast du auch ein warmes Halstuch mitgenommen, Onkel Dominik? Auf so einem Boot sieht es doch immer. Ja, ich bin kein Gefröhrli. Und sonst habe ich ja gute Stuben auf dem Schiff. Eine, die man heizen kann. Ja, kommt er dann echt lange nicht mehr rum. Ist er bis zum Abend auf der Reise. Den ganzen Tag. Äh, was den ganzen Tag? Vielleicht sogar ein paar Wochen. Gell, das sind viele Tage. Oh. Ja, danke. So, ich wäre bereit. Also lebt wohl miteinander. Matthias, danke dir nochmal für alles. Schon recht. Mach's gut. So, los. Hallo, Onkel Dominik. Ciao. Ciao. Der Dominik Dachs, den alle kennen als der gute Onkel Dominik, am Steuer vom Boot, der Löwe, fährt jetzt in die Welt raus. In eine Welt, die er noch gar nie gesehen hat. Alle freuen sich und mögen ihm die Reise von Herzen gönnen. Der Dominik Dachs mache eine grosse, weite Reise auf dem Wasser. So hat es den wagenbunden Otto selbst mal vorausgesagt. Und jetzt ist es soweit gewesen. Alle wollten schauen, wie die Möwe abfährt. Der Matthias mit seiner Frau, der Gewunderung Haas, die von der Holzabteilung, der Maler, einfach alle zusammen. Es ist alles gut gegangen. Ja, man hätte sogar meinen, der Dominik Dachs wäre ein alter, erfahrener Kapitän. Er hat den Bauch so ein wenig vorausgestreckt und ernst reingeschaut. Tuck, 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 hat es aus dem Motor rausgetönt. Schön gleichmässig und so gleichmässig ist auch die Fahrt für den Ski gegangen, bis dann auf einmal weit, weit unten etwas draufgekommen ist. Was kommt denn dort her? Das ist ja ein Schiff. Genau. Auf meinem Fluss? Schon blöd. Hoffentlich kommen wir einander durch. Ja, ich war schliesslich zuerst da. Ich kann doch mit meinem Boot nicht auf die Wiese rausfahren und warten, bis der durch ist. Backbord an Backbord! Das heisst doch so. Der Matthias hat mir doch gesagt, ich müsse Backbord vorbeifahren. Na ja, denke auf die Seite. Aber auf Fehler? Der könnte auch ausweichen. Backbord! Der gehört aber auch gar nichts. Der fährt ja direkt in mein Schiff hinein. Du gehörst dann nichts? Wenn ich doch nur wüsste, was das geheisst. Trottel! Du gehst gleich wieder auf ein Reitschulgeschiffchen fahren! Trottel! Hörst doch du auf die Seite! Trottel! Also, das ist gar kein freundlicher. So ein Anfänger. Uiuiuiuiuiuiui! Zum Glück bin ich durchgekommen. Hoffentlich kommt da nicht noch Menge. Tchü! Hehehehe! Nur nicht noch blöd schauen! Dem habe ich es gesagt. Tchü-Tchü! Inagh! Tchü! Tchü-Tchü! Tchü! 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 Tthese fischen uns! Tchü-Tchü! Tchü-Tchü! Hoffentlich habe ich die Fische nicht verscheucht. Ja, woher auch? Heute beissen sie wie noch nie. Ich habe schon ein Dutzend Weissfische und einen Hecht gefangen. Pats, du kommst mir nicht raus, wie man es macht. Oh, das ist dann aber ein zünftiges Boot. Woher, wenn man fragen darf? In die Mühle auf Berrehausen. Ich habe eine Lade Kastanien für dich. Oh, das ist nicht schlecht. Kastanien habe ich besonders gerne. Jetzt merke ich gerade auch, dass ich Hunger habe. Ich glaube, ich mache Mittagszeit. Komm doch zu mir aufs Boot. In meiner Kabine hat es gut Platz für zwei. Für mich ist es auch kurzweiliger, wenn ich nicht alleine muss essen. Ja, aber ich muss aber mein Fischerzüge mitnehmen. Da umeinander sind wir ein so gespässiges Volk. Wenn du kommst, so essen wir von meinen Würstchen. Ich sage dir prima Hausgemachte. Oh, Würstchen. Hast du gesagt Würstchen? Oh, die habe ich doch auch so gerne. Fürs Leben gerne. Also, nimm noch dein Zeug zusammen. Ich gehe so fängs zu gehen, heiss zu machen. Oh, Würstchen, Würstchen. Oh, du. So ein schönes Boot habe ich noch nie gesehen. Sicher? Sitze nur ein Finges ab. Die Würstchen sind gleich heiss. Danke. Du hast ein Denkmütchen da innen. Da fehlt nichts. Gar nichts. Wann bist du da umeinander? Ja, bald da und dann dort. Es ist eben anders als früher. Seit der Rote Tom mit den Katzenpiraten umeinander schlicht. Das ist eben eine Sauerei. Der Rote Tom? Ja, hast du denn den schon mal gesehen? Ja, kannst du denken, sonst wäre ich allweg nicht da. Also, wenn den einen verwischt, so ist es aus und fertig. Den macht nicht lang. Sicher nicht. Du könntest einem noch ganz den Appetit nehmen mit dem Rote Tom. Ja, es ist ja wahr. Ich habe auch schon manchmal gedacht, es wäre viel schöner auf der Welt, wenn es keine Böse gäbe. Immer müsste ich ihm wieder die Freude verderben, die Blöden. Bist du froh, dass du mich getroffen hast? Ich bin nicht so. Essen wir jetzt. Der Dominik hat zuerst noch dreimal leer schlucken. Er hat an die Goldstücke gedacht unter den Kastanien. Aber das ist halt ein Geheimnis gewesen, das er dem Igel nicht hat verraten dürfen. Der Igel hat auf einmal einen riesen Appetit bekommen, wo er die Würstchen in der Pfanne geschmückt hat. Und bevor der Dominik Dachs ein halbes gegessen hatte, hat der Igel gegenüber schon drei verdrückt gehabt. Wie geheissst du eigentlich Igel? Nicky Dicky. Ist das ein Name? Gefällt dir den nicht? Nicky Dicky. Mal mal, das ist noch glatt. Ich geheisse Dominik. Das kann man noch besser sagen. Du, isst du eigentlich immer so viel? Badei, nur wenn ich Hunger habe. Jetzt habe ich nur noch Durst. Aber ich kann schon noch ein bisschen warten. Weisst du hast es dann schon noch schön. Bist Kapitän, kannst in der Welt herumfahren und ein Haufen erleben. Sicher hast du noch eine Frau zu Hause und Kinder. Ich bin immer allein. Auf mich wartet niemand. Keine Frau und kein Kind. Ich muss immer mit mir selber reden, wenn ich etwas sagen will. Mich tut es, du sägst sicher einen mit viel Geld und du fährst nur zum Vergnügen herum. Stimmt's? Ich bin immer allein. Besonders im Winter, wenn der Fluss zugefroren ist. Da kann ich nicht einmal mehr fischen. Ja, ich habe auch schon gedacht, ich könnte vielleicht die Arbeit suchen auf einem Schiff. Ich kann nämlich schon arbeiten. Wenn ich einen freundlichen Kapitän würde finden, würde ich gerade zupacken. Nicky, Dicky, du hast einfach einen glatten Namen. Ich kann dir nur sagen, dass es mir ganz ähnlich geht wie dir. Ich bin auch allein. Keine Frau und Kind, wie du meinst. Hör mal, komm doch zu mir. Wir hätten sicher noch glatt zusammen auf dem Schiff. Lohn kann dir natürlich nicht zahlen. Aber das Leben auf dem Schiff gefällt dir sicher schon. Dominik, das ist es. Ich komme mit, dann sind wir beide nicht mehr allein. Das ist ein prima Vorschlag. Ja, abgemacht. Das Zweite, dass ein Reis machen ist sicher gescheiter als allein. Besonders, wenn man an den roten Tom denkt und an dem seine Katzen beraten. Oh, rede nicht von dem, Dominik. Also, bei mir kümmern sich alle Stacheln, wenn ich den Namen höre. Ja, und überhaupt. Jetzt wollen wir es doch lieber ein bisschen schön haben miteinander. Du hast recht, Nicky Dicky. Aber du, ich muss zuerst nochmal schnell nach Hause gehen, meine Sachen holen. Weisst du, Zeugle. Ich komme gleich wieder, gell? Kannst du echt noch so lange warten mit abfahren? Wenn, heute noch kommst du, solange schon noch. Aber morgen sollten wir dann weiterfahren können. Ja, ja, ich komme ganz gleich wieder. Ich kann meine Sachen schnell zusammenpacken. Tschüss. Der Nicky Dicky hat das Heim gefunden beim Dominik auf dem Schiff. Beide sind froh, dass sie einander begegnet sind und dass sie von jetzt an die Reise miteinander weitermachen können. Als der Igel nach Hause geredet ist, um seine Sachen zu holen, hat er auf dem ganzen Weg gelacht von Freude. Von lauter Aufregung hat er fast nicht gewusst, was er alles mitnehmen soll. In seiner Wohnung hat es eben auch noch viele Sachen gehabt, die man gar nicht hätte brauchen können können. Der Nicky hat genommen, was er hat mögen tragen und ist zum Boot zurückgegangen. Rennen hätte er so natürlich nicht mehr können. Oh, 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 Dominik, ich glaube, ich habe noch alles. Mal, du hast mich gut geladen, du. Richtige Zeugelte. Magst du es noch? Ja, war so fast drüben. Kommt schnell rein damit. Siehst du da? Ein Kochbuch und da noch eine Pfanne. Was hast du denn da in diesem Sack drin? Nichtsack, das ist doch mein Bett. Es hat Blätter drin und da, schau mal, ein Korb voller Apfel. Weisst du, wir Riegel haben die einfach gerne. Oh, gut, die essen wir dann später. Ich habe noch ein paar Fische gefangen, die du vorhin warst. Ja, jetzt tun wir ja zusammen haushalten. Heute Nacht können wir Fische braten und dann essen wir noch Apfel dazu. Prima, so machen wir es. Du bist gut und lang gescheiden. Ja, und heute Nacht schlafe ich zuerst mal auf einem Schiff, mir gefällt es. Aber, gell, du hast es dann gut angebunden. Nicht, dass wir fortfahren, wenn wir schlafen. Das ist dann klar. Du kannst dann gerade noch schauen. Mich freut es, wenn es dir gefällt. Hoffentlich geht alles gut. Weisst du, so eine Schiffsreise kann natürlich auch mal weniger Gemütli sein. Besonders, wenn es Piraten rumhat, dann wird es heiss. Ja, aber schau, jetzt hast du ja mich noch. Wir schliessen doch einfach die Türe der Kabine, dann kann man uns gar nichts machen. Das ist nicht so einfach, Nicky. Ich habe noch die Kastanie und äh, 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 eben ja, Kastanie. Die lassen wir auch nicht gerne rauben. Ja, das wäre gerade noch. Ich will Kastanie so gerne haben. Keine einzige Gemmer von denen ane. Wir kämpfen, Dominik, wenn es muss sein. Haben wir nichts zum Reinschlagen? Oh, mal, zwei Pistole haben wir. Klöpfen die fest? Klar, klöpfen die. Und das ist gut, wegen dem roten Tom. Du, der wird noch staunen. Klöpfen. Ho, 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 ho. Jetzt müssen wir mal aus aufs Dick, zum schauen, ob alles in Ordnung ist. Jawohl, und nachher dann essen wir, gell? Hm, ein rechter Kapitän schaut immer zuerst auf sein Schiff, ob es recht abunden sei, wie das Wetter aussieht und ob es keine Räuber haben. Ja, ich hilfe dir auch, gell? Hey, noch mal, wie das Wasser da unten dunkel ist. Ja, das ist immer so, wenn es Nacht wird. Das macht nichts. Also, einen Sturm gibt es nicht heute Nacht. Und unsere Ladung ist auch noch in der Ordnung. Da die Angelschnüre lassen wir draussen. Vielleicht beißt er morgen ein Aal an. Das wär's. Aal? Aal? Räuber hat es keine Jungen, die gesehen haben schon. Komm, wir gehen wieder in die Stube rein. Ja, gut. Ich tue gerade noch ein bisschen Holz in den Herd, dass wir es warm haben. Oh, ja. Ich tue gerade noch. Ich tue gerne noch ein bisschen waschen. Ja, es muss halt eben auch sein. Eben, gell? Auch wenn es nicht so glatt ist. Mir gefällt es nur, wenn es überall ordentlich ist. Aha. Das habe ich schon gemerkt. Ja. Das habe ich schon gemerkt. guge! Musik Hm, wie die schmecken. Und kein einziges ist voll. Ja, ja, die halten schon noch, bis man das Gass zur Hand hat. Was? Schon zwölf. Nicky, wach anfangs dein Bett zu wegen, es wird Zeit zum Schlafen. Ich muss mal rausgehen, ob alles in Ordnung ist. Ja. Oh, ja, drin auch. Da auch. Alles Fächtes. Nicky, Nicky, Nicky! Was ist? Hast du genug? Komm mal schauen, es hat über die Fischroute gestohlen. Was sagst du? Ja, wir bringen schnell mal die Laterne, dass man etwas sieht. Räuber, Hallunke, wo ist die Laterne? Da, da, ich komme, ich bin schon da. Ja, die sind in der Bett. Oh, 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 Katzenpfoten, da sieht man es genau. Katzenpiraten vom Roten Tom, jetzt haben wir es. Nein, nein, jetzt haben wir es eben nicht. Die sind fort eine so eine Gemeinheit. Siehst du, es ist gleich gut, dass du mich hast, sonst wärst du jetzt ganz allein. Ja, ja, hast recht, Nicky, aber was wollen wir jetzt machen? Also, das sind Spuren, wir wissen, wer es ist. Ja. Wenn man denkt, dass wir uns hätten umbringen können in der Kabine, in der wir zu Nacht gegessen haben. Du, das hätte ganz blöd rauskommen können. Ja. Tod könnte man sein. Mit Sand zum Schiff. Ja, genau. Haben Sie echt an diesen Kastanien nichts gemacht? Was meinst du? Ja, zu selten haben wir es natürlich nicht. Also, ich sehe Ihnen nichts anderes. Haben Sie es echt nicht auseinander getan? Was meinst du? Mir ist es nirgends mehr wohl dabei. Sieht der Haufen wirklich noch gleich aus wie vorhin. Nicky, ich darf mir daran denken. Ja, aber es sieht doch alle Haufen etwa gleich aus. Ja, weisst du, Sepp schon, aber ja, das begreifst du halt nicht. Das ist eben ein besonderer Haufen. Einer, der es... Also, Nicky, von jetzt an muss einfach eine Wache hin. Ja. Einer von uns muss immer da oben aufpassen, und zwar mit der Pistole. Wenn Räuber kommen, wird... Klöpft. Geschossen. Du fängst an mit der Wache, nach zwei Stunden komme ich dich ablösen. Gut, ich fange an. Wo muss ich her stehen, Captain? Komm, komm, die Waffe holen und die Decke, dass du nicht früherst. Ja, aber, gell? Nicht, dass man etwa einschlafen. Ja, kannst du denken. Auf mich kannst du dich schon verlassen. Ich passe gut auf. Ja, hoffen wir es. Ja. Ja. Wo hätte ich denn Matthias die Waffe hergenommen? Hast du warm genug? Danke, es geht prima. Du, soll ich mal schiessen? Nein, nein, nein. Es wird noch geschossen, wenn der Finn wirklich kommt. Du sitzt jetzt einfach da hin und passest auf. Aha. Ich gehe jetzt zwei Stunden schlafen und nachher noch komme ich dran. Dann kannst du schlafen. Also, gute Nacht, Captain. Schlaf gut. Mach's gut. Niki, wie geht's? Niki, ho, ho. Halt, du triffst heute gerade. Ja, hör auf, Niki, ich büsse ja. Oh, der Dominik. Jetzt habe ich schon gemeint, ich bin gerade. Ja, schon recht, Niki, du bist ja bemühtet. Ich weiss schon, so zwei Stunden wach sein, das ist anstrengend. Ja. Geh jetzt, geh schlafen. Ja, aber ich habe aber Hunger. Zuerst schlafen, es ist ja schon bald morgen. Okay. Oh, guten Morgen, guten Morgen. Oh, mm-hmm. Alles in Dornik, alles in Dornik. Viertel ab sieben, wie der Igelkampfhausen. Oh, das war schon lange Nacht. Gehen wir jetzt essen? Gleich. Du, Captain, sind Katzenpiraten nicht mehr gekommen heute Nacht oder hast du schiessen? Nein, es war ruhig bis morgen. Nur die Frösche haben gewagt, aber wir dürfen gleich nicht denken, Gefahr sei durch. Die können in nächster Nacht wiederkommen. Oh, dann wird ja aber selbst. Oh, da ist die Koppel schon Hochbetrieb auf dem Wasser. Es ist doch gut, dass es hier eine Leiter hat, um runterzuhalten. Es ist noch hoch. Aber Dominik hat schon recht gehabt. Hier oben schläft man besser als auf dem Sack. Jetzt komme ich auch mal gucken. Morgen, 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 gute Fahrt. Guten Morgen, Schiff, Ahoi. Oh, da unten kommt noch eins. Ganz ein Haufen drauf. Das ist ein Schulreis. Stuppe, Stuppe, Schuppe, Stuppe nach uns langi, 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 johre. Das führt doch zu einer rechten Haar, zu schwerer Kaffelohne. Oh, schau mal, das ist eine tolle Box! Oh, ja, das ist toll! Oh, wir meinen, da ist Nicky. Mit dir? Eine Freude? Ja, ja, ja. So eine Schulreihe, das ist etwas Zündiges. So, Nicky, jetzt aber schnell, wir lassen das Essen und dann sind wir dran. Die Reise geht weiter. Jetzt auf einmal hat es pressiert. Sogar Nicky, der doch so eine Stimme gefunden hat, das Essen sei das Schönste auf der Welt, hat jetzt fast nicht mehr möglich warten, bis Dominik ans Steuer gegangen ist und den Motor angelassen hat. Tuck, 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 hat es wieder getönt. Das Boot hat wieder etwas geschwankt, es hat geschumt im Wasser rein und die Möwe ist wieder auf grosse Fahrt den Fluss durchab. Der Käpt'n Dominik hat immer gerade ausgeschaut und der Matros Nicky natürlich hat müssen staunen, hoch, runter, links und rechts und in der Hand hat er schon wieder einen Nöpfel gegeben, zu reinweisen. Schon am ersten Tag seiner Reise mit dem Motorboot Möwe hat Dominik Dachs einen Freund gefunden, der Nicky Dicky. Von den Katzenpiraten hat man auch schon etwas gespürt. In der Nacht sind sie leise aufs Boot geschlichen und haben die Fischerruten gestohlen. Dominik und Nicky haben sie ja zwar schon gewusst, dass man aufpassen muss in dieser Gegend, aber die Reise geht weiter. Wenn ein Schiff auf dem Fluss fährt, dann ist ein Mann besonders wichtig, der Mann am Steuer. Er muss schauen, dass er nicht nebeneinander kommt, dass er ihn nicht einschiesst und dass die anderen Schiffe auch noch genug Platz haben, um durchzufahren. Der Matros ist natürlich auch wichtig. Er muss das Boot anbinden und loslassen und auf dem Schiff aufräumen und putzen und zwischendrin auch mal Töpfel schälen. Wenn alles gut geht und die Mannschaft auf dem Schiff zusammenhebt und auskommt, so ist eine solche Flussfahrt ein prächtiges Erlebnis. Dominik Dachs und Nicky Dicky sind schon die besten Freunde geworden. Schon einige Stunden sind sie unterwegs und es ist alles prima gegangen. Tuck, tuck, tuck macht der Motor immer schön im gleichen Takt. Tuck, tuck. Du, Nicky, was ist es eben da vorne? Nicky? Ticke? Ich sehe noch Leute. Hey, ja, da doch! Bei mir vorne, komm doch noch schauen. Was sie sehe? Was ist es eben da vorne? Du meinst, was er da dann sagt? Zeig mal, lass los. Windmühle, ich kenne dich gut, da hätte mal den Blitz eingeschlagen. Du weisst Dominik, es ist ja eigentlich schon schön, wenn man so durch die Landschaft fahren kann. Fallst du auch? Und wie? Ich muss noch staunen. Ich werde den mal nicht mehr zurück. Und wegen dem Roten Tom, den habe ich schon fast vergessen. Ja, hoffentlich hätte er uns auch vergessen. Jetzt schau mal, verbrennt die Zähne. Dort vorne hört der Fluss auf, jetzt sind wir aber schön am Haag. Ah, was du erzählst? Ja, ja, schau doch. Dort steht ein Haus mitten im Fluss und nachher ist es fertig. Käpt'n, das ist doch ein Schliessen. Daran geht es wieder weiter. Ja, kommen wir da durch mit dem Boot. Also von einer Schliessen hat mir Matthias nichts gesagt. Das weisst das natürlich auch nicht. Wir fahren jetzt einfach mal runter. Das sieht ein wenig spässig aus. Was soll ich jetzt machen? Du musst noch nichts dengleichen tun, Dominik. Wir kommen sicher durch. Das ist ein wenig späuer. Das wird ja gut. Das ist ja gut. Das wird ja gut. Das wird ja gut. nicht. So, grüße miteinander. Grüezi. Ist die Fahrt frei. Einen Augenblick, Herr Kapitän. Ich mache gerade das Schliessen-Tor auf. Aber zuerst müssen wir zwei Dollar bezahlen für das Durchfahren. Zwei Dollar? Aber, Nicchi, hast du noch Geld im Sack? Nicht, ich habe nie Geld. Gut, ihr müsst halt ein wenig Geduld haben. Das begreift Matthias sicher schon. Ja. Ach. Ihr habt jetzt das Geld an einem gespässigen Ort, Herr Kapitän. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Da. Was? Das ist ja ein richtiges Goldstück. So eines habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Nein, ich gehe gerade die Münze holen. Gold. So ein schönes Boot ist schon lange nicht mehr da durchgefahren. Sie sind allweg reich, Herr Kapitän. Ja, wenn man natürlich so viel Gold unter den Kastanien versteckt hat. Das geht niemand etwas an. Es soll jeder für sich selber schauen. Nicht für ungut, Herr Dachs. Ich meine, nur man muss ein wenig aufpassen. Es hat aber alle Leifer Gesellen in dieser Gegend. Das weiss ich eigentlich selber auch. Vor zwei Tagen hätten wir uns die Angelruten gestohlen. Und wir wissen auch, wer es ist. Ja. Aber es eben kann ich sagen, wenn die nochmal kommen, so geht es ihnen schlimm. Der Nicchi, Dick und ich haben die Stollen. Jawohl. Und die klüpfen. Eben, eben. Die Herren wissen sicher, was sie zu tun haben. Wenn man so viel Erfahrung und Geld hat. Wohne geht dann die Reise, wenn man fragen darf? Äh, flusst doch ab, wenn dir das reicht. Aber los, Kater, das geht dich nichts an. Wir zwei wissen schon wohne. So, Käpt'n. Das wäre noch der Rest. Und jetzt gute Fahrt. Äh, danke. Und adieu. 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 Gute Reise. Du, Nicchi. Hä? Wenn wir noch sofort wären. Das Zeug da ist ein wenig unheimlich. Ja, aber warum? Es geht ja alles prima. Man merkt doch, dass du ein rechter Kapitän bist. Dumm ist nur, dass der Kater Napoleon unser Geld gesehen hat. Hast du denn nicht gemerkt, wie er das in die Augen gestochen hat? Ja, aber das ist doch ganz ein gutes Versteck, Dominic. Nein, jetzt nicht mehr. Seit der Kater das weiss, ist es mir nicht mehr wohl. Der ist mir viel zu unheimlich mit seinen grünen Augen. Und als er das Gold gesehen hat, das habe ich genau beobachtet. Hat er noch so blöd geschleckt, wie wenn er etwas Gutes gegessen hätte. Puh. 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 Also, gute Fahrt! Danke. Man, hoffen. Adieu. So. Jetzt ist es günstig. Jetzt haue ich es. Das muss der Rud Tom heute noch wissen, sonst sind dann die beiden zu weit. Der wird hören. So ein Haufen Gold. Und alles so schön beieinander in einer Truhe. Also Dominik, das muss ich dir sagen. Ich musste selber staunen, als ich das Gold gesehen habe unter den Kastanien. Er schafft das so ein Haufen Gold. Weisst du, Nicky, ich wollte es eigentlich gar niemandem sagen. Es ist eben ein grosses Geheimnis. Aber bist du denn so reich? Eben, gerade nicht. Das Gold ist ja gar nicht mir. Es gehört Matthias, dem Schiffsbauer, und ich muss es für ihn auf Beruhusen bringen. Verstehst du? Nein. Warum nicht? So ein Haufen Gold. Das ist jetzt einfach so. Matthias gehört es und wir zwei bringen es jetzt auf Beruhusen. Du, wenn uns das jemand nimmt? Das ist es ja eben, Nicky. Darum ist es mir nicht mehr wohl. Jetzt weiss es der Kater und es ist kein Geheimnis mehr. Ja, verstecken können wir es auch niemanden sonst. Ja, weisst du was? Wir müssen einfach aufpassen. Wenn im Fall der Rot Dom kommt mit den Piraten, dann wird einfach geschossen. Wir geben das Gold nicht an. Also, Seb ist sicher. Ja, und im Notfall haben wir ja noch einen Bergkastanien zum Rühren. Du, die beissen dann jemanden am Kopf. Auf alle Fälle müssen wir schauen, dass wir heute noch ein schönes Stück durchabkommen auf dem Fluss. Je weiter weg, umso besser ist es. Ja, du sagst es. Der Rot Dom wird wohl heute Nacht einen Überfall machen, aber mir gehört auch ein Teil. Ich bin ja der, der es entdeckt hat. Ich bin der, der es entdeckt hat. Zwei Pistole haben sie. Dann gehe ich natürlich nicht zu weit vorne. Wenn die würden den Rot Dom treffen, dann wäre alles Gold mir allein. amorphose. Musik Halt! Wer da? Stehenbleiben! Ich bin's, Napoleon, der Kater des Schliessenwärters. Vorwärts! Was willst du? Ich habe einen Bericht für den Rot-Tom. Ein Boot ist heute bei uns durch die Schliessen gefahren. Ein besonderes Boot. Bei dem würde sich ein Überfall lohnen. Also, mehr nach. Aber keine falsche Bewegung. Musik Was ist da los? Hat doch niemand da hergekommen, den ich nicht gerufen habe. Was willst du da? Herr Katzenhaltmann, ich wäre nicht gekommen, wenn ich nicht einen wichtigen Bericht hätte. Was für einen Bericht? Red, ich habe nicht lange Zeit. Herr Katzenhaltmann, heute bin ich auf dem Schliessen-Tor gesessen. So? Warum? Zum Beobachten. Und dann? Was hast du gesehen? Dann ist ein Boot in die Schliessen eingefahren. Ich habe noch nie so eins gesehen. Der Kapitän ist ein alter Dachs und ein Matrosen-Nigel. Dachs und Ligelsäsch. Von den Dachs zwei Talern. Zwei Talern fürs Durchfahren hätte zahlen sollen. Hat er kein Geld im Sack gehabt. Ist das alles? Nein. Er ist zum Kastanienhaufen auf dem Boot gegangen. Hat dort gewühlt. Und eine riesige Truhe vorgezogen. Und dann habe ich genau gesehen, dass die Truhe ganz voller Goldstücke ist. Die Sonne hat noch drauf geschonen. Und es hat gefunkt, dass ich gerade habe die Augen zuheben. So hat es geblendet. Wir halten doch nicht die Augen zu, wenn wir Gold sehen. Ist das auch alles wahr? Ja, cool. Sonst wäre ich einmal nicht da hergekommen. Herr Hauptmann. Los jetzt. Das Boot kennt man. Wir haben zu unserem letzten Raubzug gesucht. Aber wir haben nichts gefunden als zwei schäbige Fischerruten. Es ist dann jemand zur Kabine rausgekommen. Und dann mussten wir ab. Ich hätte natürlich nicht gedacht, dass das Boot so schnell da bei uns auftauchen würde. So, so. Also interessant. Wirklich interessant. Schwierigkeiten sollte es da ankägen. Der Igel ist natürlich gleich weg. Ich habe noch gerne Igelbraten. Die Sache ist nicht ganz ungefährlich. Die beiden haben Pistole und schiessen auf jeden, der aufs Boot kommt. Du kennst uns noch schlecht, Napoleon. Wenn wir etwas anpacken, dann klappen sie. Übrigens, Dachschinken ist auch nicht schlecht. Gut. Du hast recht, dass du kommst. Wenn wir dann am Verteilen sind, kommst du deinen Teil rüber. Danke zum Voraus. So, zuerst muss ich aber etwas essen. Ich habe Hunger. Mit dem leeren Magen kann ich nicht gerne an so einer Arbeit gehen. Hey! Braten wir mal den Fasand an. So läuft etwas. Okay. Du kannst bei uns essen, wenn du willst. Ich bin sicher, dass das Boot hier an diesen Möwen ganz in der Nähe ist. Nachts werden die ja wohl nicht weitergehen wollen. Das glaube ich kaum. So. Und jetzt? Du dort. Oder ihr zwei. Bringen wir noch den Schleifstein runter. Ich muss mein Messer auch noch schleifen. Die Achsen haben den Sechsfell. Was meinst du, Nicky? Da bei dem Wald zu wäre es doch sicher nicht schlecht, um zu übernachten. Also schön auf der Seite. Ja, da ist er sicher gut, Käpt'n. Also schön ruhig. Eine richtige Bucht für uns zwei. Was hat jetzt auch der Fagabunde Otto, sag mal, gesagt? Ich sehe einen dunklen Wald und Gefahren. Echt, das ist doch nur ein dummes Zeug. Lauter dummes Zeug. Der Fagabunde Otto, der weiss jetzt alle mal etwas von diesem Wald. Bleiben wir über die Nacht da, Käpt'n. Ich glaube, da wäre es am besten. Das meine ich eben auch am allerbesten. Noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Jawohl. Achtung. Stopp. Ja, sonst schiessen wir ins Portien. Jetzt habe ich aber ganz schön Hunger. Du auch. Ja, jetzt ist es für beide Zeit, Nicky. Hängt noch die Laterne an am Heck und am Bug, dass uns die andere Schiffe sehen, wenn sie durchfahren. Ja. Ja. Was ist ja das? Jetzt regnet es plötzlich. Du, das kommt sümpftig. Schau mal da hinten. Ja, nur uns kann ja nichts passieren. Wir sind am Schermen in den Kabinen hinein. Wenn es richtig gestürmt, müssen wir auch keine Angst haben wegen den Katzenpiraten. Die haben nämlich nicht gerne ein nasses Feld. Was gibt es heute zu essen, Käpt'n? Mein mag ich nur eine Gefürchtung. Hm. Was meinst du zu braten? Äpfel und Zwiebeln? Ah. Ja. Ich gehe nicht rein und schneide eine Zwiebeln. Ja, aber viel. Ja, ja. Mach es schon. Ja. Oh, wie das fein schmeckt, die Zwiebeln und Öffel. Das ist noch ein Rezept von meinem Grossvater. Und du wirst sehen, es schmeckt nicht noch gut. Es ist auch so. Oh, ein feiner Grossvater. Hör mal, wie das tut von draussen. Ich bin froh, dass wir die Bucht gefunden haben. Da. Er ist leer. Dich hätte es meine gut gedunkt. Willst du noch ein bisschen? Ja, ein bisschen viel. So. So, Luli. Du, Niki, wenn du so weitermachst, dann ist dir sicher mal noch dein Stachelkleid zu eng. Oh, oh. Jetzt kannst du noch mal schnell auf Dicken anschauen, ob alles in Ordnung ist. Die Laternen müssen eben auch die ganze Nacht brennen. Gut. Geh ich halt. Ich riss sie nachher noch fertig. Ja, ja. Habe noch keine Angst. Es hat noch genug. Oh, wie das tut. Es ist dann etwa nicht müde wie da aus. Hm? Bald ist es auch noch dazu. Oh, oh. Captain, sie schalt in Ordnung. Stratzt das. Da innen ist es dann schon gemütlicher als draussen. Du, Niki. Bei dem Wetter müssen wir keine Wache aufstellen. Ich weiss übrigens noch eine Prima-Sicherung, eine, die nützt. Ja. Ich tue draussen die Tangelschnür anbinden, dann ziehe ich sie bei der Tür hinein und mache auf der anderen Seite die Wurmbüchse hinein und tue sie auf den Tisch. Wenn dann jemand auf dem Deck umschlägt, so stolpert er über die Schnür hinein, die Büchse fliegt ab dem Tisch hinein und wir zwei sind wach. Jawohl. Ja, und dann was machen wir? Da, die Pistolen sind dann kein Röppis da. Die legen wir neben das Küsschen. Oh, ja, doch. So, Niki. Ich gehe unten. Hau es dir noch gerade. Ja. Gehe noch das Licht löschen. So. Sicher ist Dominik schon fest müde gewesen, dass er so schnell eingeschlafen ist. Niki ist noch puhle, munter und wach. Er ist aber doch auch froh, dass es in seinem Bett so warm ist. Sein Bauch ist noch ganz vollen Apfel und Zwiebeln. Tick-Tack, Tick-Tack macht die Uhr an der Wand. Wenn der Niki seine Nase über die Bettdecke streckt, so sieht er gerade die Büchse mit den Würmen dinnen auf dem Tisch. Einmal hat er gemeint, sie habe ein bisschen gewackelt. Aber es ist wahrscheinlich doch nichts gewesen. Noch ein Weile hat der Niki geschaut, gehört und wach. Aber dann ist er doch auch eingeschlafen. Und jetzt hat man von ihm nur noch ein feines Schnaufen gehört. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also los! Was ist denn los? Halt! Was ist denn das? Ich komme nicht mehr draus. Das Bob fährt ja ganz allein. Ich gehöre doch den Motor. Wieso kommt jetzt das? Jetzt ist es doch zwei. Erst zwei. Aber es ist doch so, dass Bob fährt. Hey, ich träume doch nicht. Und dann geht's gut. Dort liegt der Käpt'n und schnarchelt. Aber ein Schiff kann doch nicht allein den Motor anlassen und einfach fortfahren. Die Laternen brennen noch beide. Oh, jetzt kann ich es aber deutlich sehen, wie die Bäume vorbeigefahren sind. Oh! Oh, die Wurmbüchse. Die ist auch nicht mehr auf dem Tisch. Oh, jetzt nimmt es mich doch wunder. Also jetzt gehe ich mal raus und schaue gucken. Oh, jetzt. Ja. Geschlossen. Die Tür ist von aussen geschlossen worden. Und wir sind da hinein gefangen. Käpt'n! Käpt'n! Sofort vermachen, wir sind im Dreck. Wo sind wir? Eben, im Dreck. Was meinst du? Ja. Was ist? Wieso fährt das Boot? Ja, eben. Wer steuert dann? Wo sind die Pistole? Sie sind fort. Ja, es hat keinen Zweck gehabt. Die Tür ist geschlossen. Sauerei. Micky zieht sofort den Kerzen an. Es hat über unser Schiff losgemacht und fährt jetzt mit uns davon. Ja. So, jetzt wissen wir, wer das gewesen ist. Du lässt uns sofort raus, sonst kannst du etwas erlauben. Ja. Du, den Saluten, Dachs. Kennst du mich wahrscheinlich nicht, he? Mit der rote Tamm. Woher fährst du mit uns, du elender Räuber? Nur nicht gesprengt, der Reise geht nicht weit. Der rote Tamm. Jetzt ist alles verloren. Matthias ist goldes Boot und wir jetzt wie gerade auch. Ja. Hätten wir doch wach aufgestellt. Du rote Reuel, du. Also dir klöpfe ich dann mal eins an. Vor dir habe ich dann noch lange keine Angst. Wo, Lieutenant? Jetzt haben wir es ja schon. Gerade schön, bis dort zu selber mitgegangen. Heute ist es gerade ein gutes Versteck. Achtung, aufpassen. Vorsicht. Süd, weiter ran. So. So. So, ist gut. Ist alles parat? Natürlich, Chef. Alles klar? Alles klar. Alles da. Gut. Dann kann man die Gefangenen bringen. Haben Sie auch noch ein Wunder? Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Los, kommen wir da. Aber ein bisschen avant. Los, alles zum Schiff. Los, kommen wir. Los, 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 los. So. Ja, klar. Gerade aus, da. Jawohl. Ich sage schon, wo du ihn durchst. Oh, rasch ausladen. Vergessen Sie nichts. Jawohl, machen wir es so. Oh, Popp, jetzt weh. Also. Also. Ai, ai, ai. Schau mal, der Krimp, der da mal liegt. Als wenn man aber anfangen mit dem. Das ist so. Ich trage schon an, der Kadorin. Natürlich. Ich trage schon an, der Kadorin. Ja, die sind Koppel auch noch recht eingerichtet auf ihrem Schiff. So möchte ich es gerade auch noch verleiden. Aha, es ist also so, wie es Napoleon gesagt hat. Er brennt die Zähne. Gehen Sie mal ein bisschen auf die Seite. So jetzt? Nein, jetzt schau! Gehen Sie mal! Lass Fucklen nicht rum! Das ist natürlich der beste Fang, den ich je gemacht habe. Napoleon hat uns einen guten Dienst an. Das ist ja grossartig. Also, hört! Ich habe mich gerade jetzt besonnen. Ich möchte das Piratenleben aufgeben. Was? Ich habe heute so einen guten Fang gemacht, damit ich nichts mehr brauche. Ich bin berühmt genug. Und was geschieht denn mit dem Boothauptmann? Ich hätte das eigentlich gerne für mich. Aha! Was denkst du auch? Alle Leute kennen doch die Möwe. Und du hättest sofort die Polizei auf dem Hals. Das habe ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber wahrscheinlich ist es schon so, wie du sagst. Und was wollen wir jetzt mit dem Dachs und mit dem Igel machen? Immer schaue ich schon. Ausstopfen. Aber nein. Ausstopfen! Haha! Dominic und Niki konnten alles mithören. Beide haben die Kopflampe gelassen. Der letzte Rest von Hoffnung und Verätigung wurde ihnen noch genommen. Niki, das muss man sagen, war zwar noch fast etwas tapfer. Er wollte immer wieder dem Dominic Mut machen. Und er hat seine Tränen wacker runtergeschluckt. Wenn doch nur diese Schlüsse nicht gewesen wäre. Dort sah der Kater Napoleon das Gold und ist dann schnell zu der Piratergrenze das sagen. Jetzt sind Dominic und Niki gefangen. Ein trauriges Schauen. Wie jetzt diese Möwe, wo man doch gesagt hat, es sei das schönste Boot weit und breit, da auf dem Wasser hin und her bambelt. Alles hat man ja genommen. Die Kabine ist ausgeplündert. Und das Gold ist weg. So etwas konnte nur der Rote Tom mit seinen Katzenpiraten fertigbringen. Als alles durch war, haben die Pirater in ihrer Höhle ein Fest gemacht. Der Rote Tom hat mit seinen Krallenfingern im Gold gewühlt und zählt und zählt. 490, 91, 92, 93, 94. Das sind beim Hagel 500. 95, 96, 97, 498, 499. Einer fährt. Ja, auslangt der so. Ist das ein Schauen, dieser Haufen von Gold? Also zuerst behalte ich die Truhe noch eine Zeit lang bei mir. Dann könnt ihr später immer noch anfangen zu teilen. Wir sind koppelschön im Schuss. Rierer Räuberholz, du musst doch nicht so tun. Rierer Räuberholz, du gibst ein großes Flasch. Rierer Räuberholz, du gibst ein großes Flasch. Rihra, Räuberboss, und lass uns jetzt in Ruhe. Es rennt ein kotzt, ein Berg der Ruh, ein Andri hinten rein. Und beide zusammen, weil es am Schluf, es sind auch die Ältere. Rihra, Räuberboss, das Pass ist noch so schwer. Rihra, Räuberboss, das Pass ist noch nicht leer. Einen grossen Tag muss die Tiere ziehen, das ist bei uns so brav. Wenn die Tiere ziehen, sind alle dabei, nur manchmal geht es halt ruh. Es rennt ein Fisch, ein Berg der Ruh, es schwimmt eine Katze im See. Und beide zusammen sagen ruh, das ist verkehrt, oje. Rihra, Räuberboss, 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 Räuberboss. Das Pass muss leer werden, wir haben schliesslich gearbeitet. Mit der Kübelaner? Ja, mach nur, gell. Ich bin schon da. Räuberboss, meinst du, ist die Kirche wirklich ganz voller Gold? Da kannst du sicher sein, wir haben sie ja wohl mögen. Äh, ja, Potswässer, da gibt es ja für jeden einen rechten Haufen, das ist nicht schlecht. Was machst du mit deinem Teil, weisst du schon? Ja, zuerst wird nochmal alles genau gesagt und dann aufgeschrieben. Das Gold muss aber heute noch verteilt werden, sonst meine ich morgen, es hätte mir alles nur geträumt und es sei nicht wahr. Ja, ich will meinen Teil dann auch heute, was man hat, hat man. Wir mussten jetzt lange genug warten, bis wir zu etwas kommen sind, wo wir bescheuern. Der Nächste, Herr Schleicher, hast du schon wieder lehrt. Ich weiß nicht, es ist einfach nichts mehr drin. Hib an, und der Nächste sollen sich auch bereit machen, so läuft der Pspis. Hib an, und der Nächste, Herr Schleicher. Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm, komm! Ja, ja! Schau mal, wie der ist raus! Ja! Du, Dominik, schau mal, wie die tun! Grusig, gell? Du, der hat noch den ganzen Schnapp vollen Bier. Dann komm ich schon mal eine, wenn's geht. Lass ihn rummachen. Die sollen noch mehr saufen, bis es fast leer ist. Was machen Sie echt mit uns, Captain? Sag nicht mehr, Captain. Sie bist vorbei. Aber wieso? Du bist doch mein Captain Dominik. Es sollen die Zeit gehören und überhaupt... Ich glaube das, Nicky. Aber ich kann dich auch nicht losmachen. Die haben mir ja meine Hände so fest zusammengebunden. Am besten ist's, wenn man sich gar nicht bewegt, sonst tut's noch mehr weh. Glauben wir's. Also gut. Kommt's echt nicht doch noch anders aus, als du meinst, Captain, mit uns zu weh. Ich hab doch gar nichts gesagt. Nein, aber du lässt den Kopf so lampen und schnaufst ja so gespässig, wie wenn's jetzt dann gleich fertig wär mit uns. Also wir dürfen doch nicht aufgeben, Dominik. Nein, nein. Und wenn einer da hinkommt, dann stech ihn grad mit der Stacheln. Eben nöt. Sonst wird's noch schlimmer für uns. Du bist immer so ruhig, Captain. Schimpf doch ein bisschen mit denen da. Das nützt nüt. Es tut mir leid, Captain, dass alles ein bisschen dumm rausgekommen ist. Aber ich kann nüt dafür. Oh, schau den Schliessen-Napoleon, der neugelt. Du allein bist schuld. Du hast uns verraten. Ich kann wirklich nüt dafür. Ich hab nur meine Pflicht da. Ich muss eben genau kontrollieren, wer bei den Schliessen durchfährt. Das ist mein Posten. Ja, ja. Tu jetzt noch so. Du bist kein Dreck besser, als die anderen Süffel dort hinten. Das ist nicht recht, dass ihr mich für so anschaut. Ich hab doch nüt dafür. Lass du den nüt. Niki, der kommt ja schon mal eins aufs Dach rüber, wenn's Zeit ist. Du hast gesehen, wie der grinset. Ich könnte ihn also verhölzeln. So, hopp, aufstehen, Miko. Aber ein bisschen plötzlich. So, ihr zwei. Wie fällt's euch bei uns? Dumm. Glaub nur nicht, dass du etwa der Polizei ausweichen kannst. Das Gold gehört nämlich nicht mir. Es gehört dem Matthias, dem Bootsbauer. Er entkämt mit dem ganzen Land umeinander. Wenn er sein Boot und sein Gold vermisst, so kannst du sicher sein, dass jeder weiss, wer's g'si isch. Ah, man findet dich und hängt dich am Galgen. Was du nicht sagst. Das Gold gehört also deinem Freund Matthias, hm? Ja, jetzt gehört's auch mir, dem roten Tom, dem Hauptmann von den Katzenpiraten. Wir haben uns im ganzen Land ume Angst. Die können schon kommen und suchen. Die finden nichts. Das Boot nicht. Das Gold nicht. Und uns nicht. Und euch nicht. W-w-w-w-w-wottsch machen mit euch, hm? Sag mal. Das seht ihr dann schon. Auch ich verschwinde. Ich nehme einen anderen Namen an, schneide den Schnauze ab. Und dann kennt mich niemand weg. So. Du alten Dachs und du vorwitzige Nügel. Jetzt machen wir das nicht mehr länger mit euch, hm? Bringt die zwei ins Boot runter. Merci, Jörg. Vorwärts. Alles mir noch. Ich nehme es noch Wunder, was der Tom mit unserem Sinn hat. Du, Captain. Ja? Jetzt habe ich aber Angst. Ganz fest. Ich habe mir auch alles ganz anders vorgestellt. Die ganze Seefahrerei. Es wäre sicher auch recht rausgekommen, wenn wir nicht hätten müssen, dort durch die Selbstschliuse durch. Ja. Der Kater Napoleon hat spioniert und uns verraten. Und das andere weisst ja selber. Du, Captain. Ich habe das in Füsse. Da kommt Wasser rein. Das hat jetzt gerade noch gefehlt. Oh. Oh. Wasser. Oh. Oh. Weisst du, so gemein kannst du nur du sein. So eine traurige, elende Räuberwandi. Ja, du. Oh. Schau mal, Captain. Überall strebt es rein. Das Wasser. Oh. 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 Das Wasser steigt. Ja. Himmelhöcher. Ja, ja. Ich sehe es, Nicky. Aber ich kann nichts mehr machen. Oh. Oh. Was ist eigentlich los, Captain? Es ist alles aus, Nicky. Wir können nicht mehr raus. Die Piraten haben Wasser eingeladen, versenken das Boot. Und uns damit. Wenn wir Glück haben, so geht es noch 10 Minuten, bis wir da sind. Nicky, wir sind verloren. Ich will raus. Dominik, hilf mir doch. Ich will raus. Ja. Arme Nicky. Ja, jetzt schau mal. Dominik. Hm? Ja. Wir sind doch zwei Freunde. Man kann uns doch nicht einfach. Ja. Nein. Sicher nicht. Mein Fössi. Mhm. Es ist aus. Es steigt immer höher. Ja. Dominik. Hm? Kommt noch mehr. Ich weiss nicht. Mühen wir jetzt sterben, Dominik? Ja. Ja. Was hast du? Hilfe. 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 Wer ruft denn da? Was haben wir mit dir? Hilfe. Hilfe. Jetzt kommt er unter das Tempo, das er hat. Also jetzt glaube ich doch, dass er gar nicht blind ist. Hilfe! Hilfe! Was ist los? Der Dominik? Jetzt war aber heute die Zeit. Oh, ich hatte mal. Oh, ich hatte einen Unglück. Ja, was ist denn passiert? Ja, der Rotom und die anderen wollten uns versäufen. Und Napoleon hat uns verraten. Und Dominik mag fast nicht mehr. Und uns eine schöne Bordgogel kaputt machen. Die sollen nur warten. Und jetzt sind wir draussen. Danke, vielen Mal. Nicchi. Vagabund Otto, ich kann es fast nicht glauben. Ich habe es doch ganz genau gesagt. Was machen wir jetzt? Abschlau! Wie sieht es aus mit dem Boot? Alles genau wie's gesagt? Das Schiff mit den Bänen ist runter gegangen. Die kommen nien mehr. Jetzt wollen wir aber den Lohn. Jawohl. Ja, hör doch mal. Ich bin für heute ein bisschen zu müde. Es ist doch ein langer Tag. Wer will man den morgen für nine? Nuh?! Heute. Für das erste Morgen. Jetzt wird es auszeilen. Und ich sage morgen... Heute. Er sorgte das jetzt vor der Stelle. Das ist doch selbstverständlich! Wir wollen doch wissen, wieviel Gold das jeder bekommt! Mach den Deckel auf, los! Ich bin verkältet, ich habe Kopfweh und so. Ich könnte mich gut erzählen beim Teilen. Also noch mal, morgen kommen wir dran, einer nach dem anderen. Jetzt los! So, jetzt reden wir mal! Du hast uns lang genug am Seil runtergeladen, solche Sachen versprochen, die wir nie bekommen haben! Was ist denn alles? Wer hat dich rausgelassen? Ich habe noch etwas zu sagen! Ich bin der, der Freude die ganze Sache eingefädelt hat! Ich will dann noch meinen Teil! Jetzt haben wir mich verbrochen! Da hast du wenigstens etwas zu sagen! Warte noch, es gibt noch mehr! Was ist denn alles? Wer hat dich rausgelassen? Ja! Ihr seid doch tot! Ja! Das ist verrattet! Ja, mit dem hast du nicht gerechnet! Was bist denn du für einen? Doch, dass du fortkommst, da bin ich der Chef! Vorbei Tom, vorbei! Jetzt sind wir an der Reihe! Das gilt nicht! Du langes Elend, du! Vor dir habe ich den Nöppen noch lange keinen Schiss! Also weg, du in deinem schnachligen Grind! Ja, du hättest uns weh weh versäufen! Jawohl! Es tut so viel Spass! Ja, du will er vorgeben! Ja, ja, gut! Und jetzt machen wir auch mal ein wenig Spass mit dir! Mei, das wird dann gelassen! Oh, da kommen wir! Ja, aber da kommen wir alle töten! Ja, die werden dann damit! Ach! Oh! 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 Ach, mein Jebbenau. Hey! Hier zwei hab ich's helft. Oh! 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 Nicht laut lassen! Ziemenschlagen! Oh! 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 So, der kommt nicht mehr. Wo ist der Nächste? Oh! 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 Die Brunnen im Schattel! Ich hau! Oh! Oh! Tja, wir haben es hier! Oh! Weiss, weiss! Weg da! Wie ist das? Jetzt legen sie mir runter. Machen Sie selber weiter. Schleicher lebst du da? Was ist denn? Die Blüte war auch im Gesicht. Und wie? Der Sollchen ist mir mit der ganzen Wucht dran. Ich bin ganz verlöchert. Was hast du? Oh, der Enkel hat mir den Grimm verstopfen. Das tut gut. Wir kommen jetzt auch ab. Ich kann sowieso nichts mehr machen. Als ich ein Messer packen wollte, hat mir der Dachs mit dem Knäbleis auf den Pfoten gehauen. Und der Vagabunden hatte die Schlechtkeit von ihnen und hat mir noch ein Stück vom Schwanz abgehauen. Oh, also ... Ich bin total fertig. Machen Sie, was Sie wollen. Jetzt habe ich noch ein Foto. Mit dem sollte ich an drei Orten bleiben. Du, Dick, schau mal. Was habe ich da? Wie tut es da auch so weh? Oh, Grolli, glaub's wohl. Du hast ja auch keinen Schwanz mehr. W-was? Wie das ausgesehen. Oh, komm mir, hau es. Oh, komm mir. Ach, komm mir. Oh, komm mir, hau es. Oh, komm mir. Ah! 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 Oh, komm mir auf die Decke! Abfahren! Haben Sie noch nicht genuhg? Oh, der Lampfer gibt es noch noch eins. Mir geht es leicht. Fertig mit Trinken. Michi, wie geht's? Prima, ich bin dann noch lange nicht müde. Du, wo ist er dumm? Nicht mehr da, ich habe ihn in den Bach gerührt. Jetzt kann er leere schwimmen. So, jetzt haben wir es. Es war eigentlich noch glatt. Ich habe zwar nicht mehr alle gestachen, aber das macht ja nichts. Die stecken dafür in den kleinen Köpfen. Wer hat eigentlich dem dicken Kater noch die Lampen auf den Kopf getestet? Das bin eben ich gewesen. Der Blöde hat mich eben noch am Bein gehalten und wollte noch reissen. Ich hätte gerade nichts mehr machen können. Und dann habe ich ihm halt nachher noch die Lampen auf den Kopf gerührt. Das hat schön getestet. Und gejält hat er. Ja, jetzt ist natürlich die Lampen kaputt und dann sehe ich ihn also nach. Ja, aber ich kann nichts dafür. Der ist selber schuld. Er hätte mich auch nicht am Bein halten müssen. Du bist ein ganzer tapferer, Nicky. Und dir, Fagabunden Otto, danke ich auch. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so gut siehst mit deinen Augen. Nur manchmal. Vorher war es halt nötig. Oh, da liegt noch ein Schwanz. Wir haben gehört auch da. Hör mal, es liegt noch mehr wahre rum. Wichtig ist es, dass wir noch alle gut dran sind und dass wir Matthias Sisgold noch so schön beinahmd haben. Du, du, Captain, jetzt habe ich aber Hunger. Hat es echt nichts zu essen? Oh, du hast recht, Nicky. Ich möchte auch gerade etwas. Und den Fagabunden Otto-Sicherheit. Räuberlis macht Hunger. In einer Räuberhöhle hat es immer etwas rum. Kommt schauen. Und so ist alles noch gut rausgekommen. Von den Katzenpiraten hat man nie mehr etwas gehört. Alle Tiere in dieser Gegend waren froh, dass der Rote Tom und seine Piraten endlich verschwunden sind. Matthias hatte natürlich eine grosse Freude, dass Dominik, Nicky Ticci und Vagabunden Otto sein Gold so verteidigt haben. Er hat mit seinen Arbeitern die Möwe aus dem Wasser gezogen und alles wieder so gemacht, wie es vorhin war. Der Nicky Ticci hat ein ganz neues Bett bekommen. Da fährt jetzt die Möwe. Schöner wie früher. Und am Steuer steht der Kapitän, unkler Dominik Dachs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020